Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Inga, erkennst du sie wieder, hm? Ich kann nicht mehr laufen. Ja, ich kann auch nicht weiter. Bonjour! Bonjour! Und warum bist du so verrückt geworden? Ich glaube, weil ich mich verliebt hatte. Er hieß Jacques. Er war viel älter als ich. Aber er ist toll im Bett gewesen. Er hatte... Christian! Los, komm wieder her. Sofort. Brauchst du Hilfe, Inga? Ich will dich erwürgen. Hat das Zeit bis nach dem Essen? Ja. Ich verstehe nicht, wie du verrückt werden konntest, weil du verliebt warst. Er war... ...sehr romantisch. Ich schickte mir einen Brief. Wohnt er noch da? Wirklich. Christian, wo warst du? Wir haben dich gesucht. Wenn Christian Lust hat, bei uns zu bleiben, ist das schon okay. Nein. Das ist nicht gut für Christian. Ich bin nicht ansteckend. Willkommen in Paris, der schönsten Stadt der Welt. Er wohnt noch dort. Er ist der einzige Jacques Du Bois in der Rümelbranche. Was hast du vor? Inga! Inga! Ihre gute Schwester ist ja wohl völlig unberechenbar. Hör auf, Papa! Oh! Qu'est-ce qui vous Navy? Verbeぜ sortez où vous êtes! Ihr könnt ihr auf? C'est quoi ça? Das war's.